Irgendwie konnte ich das heute Morgen gar nicht glauben, als ich aufgewacht bin, denn Serebi hat auf Twitter gepostet, also Serebi hat eine Seite der Zeitschrift Telebikun gepostet, wo auf dem Header halt Misty, Rocco und der Ash aus der Alona-Region zu sehen sind und ich dachte mir so, alter, was, was zur Hölle? Okay, wir bekommen also jetzt offiziell in den nächsten zwei Folgen irgendwann, also ich glaube in übernächster Folge, Misty und Rocco zu sehen in der Alona-Region. Sie kriegen so gesehen ihr Debüt dort und irgendwie finde ich das schon ziemlich, ziemlich geil, weil Rocco und Misty und Ash, das ist halt das Trio, womit ich halt eigentlich meine Kindheit so ein bisschen, naja, vergleichen kann. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall habe ich ja früher mit der ersten Staffel angefangen, mit dem normalen Anime und also der Kanto-Liga und ja, da waren halt Misty und Rocco dabei, also Misty war mir eher immer so ein bisschen egal, weil die mir eher so ein bisschen auf den Piss ging, aber Rocco war immer einer der coolsten Charaktere mit seiner, ich will jetzt nicht sagen perversen Ader, aber er hatte immer diese lustigen Sprüche noch aufs Lager und ich weiß nicht, also es war immer lustig, wenn er sich irgendwie an Schwester Joy dann immer rangemacht. Es war schon lustig, ich bin gespannt, was jetzt in diesem Anime mit den beiden passieren wird, weil ich glaube nicht, dass Rocco noch genauso sein wird und ich habe echt keinen Plan, ob die noch genauso sind wie früher, ob die, naja, überhaupt noch Ash kennen, weil Ash ist ja eigentlich fast schon jünger geworden, weil, ja, wenn wir mal vergleichen, den Ash hier aus Alola, der sieht viel jünger aus als der Ash aus XY zum Beispiel, aber, naja, ist halt so eine Sache, wie sie das jetzt darstellen, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, das ist nur so eine kleine News jetzt hier am Rande, finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass man das mit eingebaut hat in dem Anime, weil, ich weiß, ich finde es so ein kleiner Nostalgie-Faktor und, ähm, da wir ja auch die, ähm, eine Arena aus der Kanto-Region zu sehen bekommen haben, ähm, in Pokémon Ultra, sondern Ultramont, lässt es vielleicht darauf hoffen, dass wir vielleicht irgendwas mit Kanto nochmal wiederbekommen, weil Misty und Rocco, zwei Arena-Leiter aus der Kanto-Region kommen im Anime vor, dann die Arena von, äh, Major Bob in der Ultrasonne und Ultramont-Edition, mhm, ich weiß nicht, aber es wird so Kanto-mäßig wieder, irgendwas wird da bestimmt auch passieren, ich bin auf jeden Fall gespannt, schreibt mir eure Meinung liebend gerne dazu in die Kommentare, ich möchte echt gerne wissen, was ihr von der ganzen Sache hier haltet, bis zum nächsten Mal, bis dann und schau, order rein, euer Zerlo. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.